so eine wunderschöne guten morgen hier aus blind fort wir bauen heute die yamaha yz fr 125 genau so ist das und der tom hilft mir dabei und zwar wir bauen die um so weit wir haben von der firma akrapovic eine auspuffanlage bestellt und wollen das hier mit dem dezelbellmesser messen vorher nachher wir haben die maschine warm laufen lassen was machen wir jetzt und der tom hilft mir dabei ja ich glaube das ist diese 125er geschichte ist auch eher für junge leute zum beispiel interessant dass man das mit 16 fahren darf so sieht aus so wie du gibst glas oder du gibst mir check gas ja immer gas hier was man die guacke sagen wir mal gas also 19 bist du gelandet ja bei 90 bist du bei deinem apparat gelandet mach mal aus dann müssen wir die auspuffe abkühlen lassen und dann bauen wir das schmuckstück ein titan das wiegt gar nichts alles eingelesert schweißt mit carbon als verarbeitung bei kraft ist wirklich nicht schlecht wirklich nicht schlecht haben wir nur auspufft um das kommt so noch aber das ist eine ganze anlage die lassen das moped serie machen können wir aber keine frage so ein bisschen plastik und das ist natürlich super aus mein baby du bist auch motor 2 von der seite liegt oben auf dem speiler stehe ich mich hier so hin und wenn der gas gibt dann machen wir unsere feuer habt ihr gehört was er gesagt hat ich habe überlegt ob wir nicht das teil in carbon machen sollen dass sie ja so was plastik vielleicht bei kleinigkeiten oder vielleicht das in carbon also was zu plastik ist ne weil bietet sich an bietet sich an bietet sich an auch vorne ich bin ja auch schön ich kann mal so in luft anlass find ich cool sehr aggressiv sieht die maschine aus finde ich auch die farbkombi zuerst hab ich gedacht weiß mit diesen neon Tom sagte die ganze zeit schwarz 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 hat aber jeder oder die meisten machen sie bekommen haben ist nicht cool aus macht guck mal ehrlich so ein tango habe ich beide kawa sakinich Ist das etwa das, was ich denke? Ja. Geil. Ja. Achso, das passt sogar für beide. Guck mal, das passt für die Yamaha YZF R125. Und diese MT-125. Anbau und Leitung. Das ist... Gut, die zwei Schrauben kriegen wir zusammen. So, Tom. Ich hab gute oder schlechte Nachrichten für dich. Du musst die ganze Geschichte hier abbauen. Erst mal nur das. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt. Ich hoffe nicht. Nein. Das musst du nicht. Ja. Nur das. Abbau. Guck, guck, guck. Warte. Das muss ich hier hinlegen. Okay, das ist echt knapp. Aber können wir es schaffen. So, Tom. Mein Vorschlag ist, du baust auseinander. Und dann schauen wir weiter. Alles klar? Machen wir so? Gut. Lass mal hier. Hallo. Wie gehst du schon weg? Ja. Action. Alles klar. 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 Nein. So ist es aus. Fertig? Ja, fertig. So ist es bei uns gearbeitet. Wenn es da gibt Aufgaben, fertig. Das einzige, was fehlt bei dem Auspuff, sind die kleine Federn. Die halten das zusammen von der Seite, von der anderen Seite auch. Die haben wir, nein, die haben meine Jungs beim Ausbacken, irgendeiner, ne Oli? Ich habe die Anlage noch nie gesehen. Akrapovic kenne ich überhaupt. Welches Motorrad? Haben wir ein Motorrad? Nein. Welches Tuning? Auf jeden Fall, die sind nicht da. Die habe ich jetzt bei Akrapovic angefordert. Und ja, ich würde sagen mal, starten. Das ist schon lauter, ne? Das war bei 72, ne? Warte, ich bin sicher, ne? Bei Firmusik. 97, irgendwas. Krass. Junge, ich glaube, das Ding wird scheppert. Die wird vorschlagen, du machst die Testfahrt. Zieh dich an. Mach keine Runde. Kommst du wieder, am besten bei draußen nochmal. Alles klar. Ja. Ab und zu werden wir jetzt Fahrräder machen, weil... Fahrräder? Ab und zu werden wir auch Motorräder machen, weil... Ah, Terminator 2? Ja. Komm mal her. Was sind geile Hände da. Mach nicht rum. Leute, kann man das überhaupt sehen? Das ist ein... Vollcarbon. Vollcarbon-Helm. Und... Ab und zu einem Vollcarbon. Willst du was sehen? Zeig mal. Dürfen wir was zeigen, oder? Natürlich. Natürlich, oder natürlich? Hast du gesagt? Ja, hab gefragt. Wir werden etwas bauen für... Wie ein Monster. Und zwar eine Kawasaki ZX-10R. Die erst im... Im Mai rauskommt. Und wir haben die schon noch bei uns stehen. Schön, ne? Mhm. Einzige, was fehlt, ist der Schlüssel. Haben die mitgenommen. Nein! Nein! Nein. Das muss ich allen sagen. Ich habe sehr viel Respekt vor solchen kleinen Maschinentieren. So. Jetzt warten wir. Mittlerweile ist im Dunkeln die Kablette heute geworden. Komm mal. Richtiger Proller. Richtiger Proller. Wie viel hast du das gemacht? 40. 40? Ja. Komm mal her. Gib mal ein bisschen. Das passiert mir auch. Manchmal an der Abend. Schön peinlich. Kann passieren. Mach dir nichts. Ja. Auch dem Besten passiert es. Das Ergebnis lässt sich sehen. Und ja. Wer sich eine Anlage kaufen möchte für die Yamaha, der kann sich bei uns gerne melden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und bis dann. Tschüss. Oder? Ja. Tschüss. 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 Thanks. Bis zum nächsten Mal.